Sonst ist hier nichts mehr, ne? Ne. Okay, und runter. Auf den gegenüberliegenden Seiten. Oh, es scheint hier irgendwo ein Drache zu sein oder sowas. Oh. Das ist nicht so schön. Ich habe das Gefühl, wir sind gleich nicht mehr alleine. Na komm. Mit rüber. Und. So, naja und naja. Wie? Ah. Das ist aber ein starkes Mädel. Ist unsichtbar irgendwie. Oh, und wir sind gestorben. Wir sind tot. Also, nochmal. Wir müssen gucken, dass wir beide ausweichen. So. Worauf müssen wir achten? Gibt es Fußspuren zu sehen? Aua. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken. Vielleicht müssen wir auch da vorne bleiben. Oder so. Das scheint ein Riese zu sein. Er ist auf jeden Fall unsichtbar. Er ist auf jeden Fall unsichtbar. Ach, ne. Ach, ne. Guck mal einer an. Das ist ein Riese. Tralali und tralala. Tralala. Es ist doch alles wunderbar. Da ist ein Riese. Atmet erst mal. Hm, lecker. Okay. Mann, gut, dass wir hier jetzt irgendwie schon vorbei sind. An dem Riese. Nee, es war irgendwo ein Erfolg. Mit einem Brunnen oder sowas. Aber der war nicht der Brunnen gemeint, glaube ich. So, und rein da. Wir sind in Örnerburg oder so. Oh. Oh, oh. Schnell. Ach, du Scheiße. Nein. Es hat uns Eiskalt erwischt. Puh. Okay, okay. Wir müssen Vollgas geben, wenn wir hier... ...durchrennen wollen. Oh, oh. Ihr seht es. Der Riese kommt. Und wir müssen erstmal Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Wir müssen rennen. Boah. Wer hat Angst vorm großen Mann? Niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Nein. Okay. So, Leute. Dann machen wir jetzt... ...eine Sache. Wir werden das Ganze für heute beenden. Wir werden ja nächstes Mal sehen, wie es weitergeht. Bis dahin wünsche ich einfach noch eine schöne Zeit. Bis dann!